Heute bin ich gut aufgelegt, ach wie bin ich aufgelegt. Heute möchte ich einfach lustig sein. Heute ist mir alles gleich, ob ich arme oder reich. Heute steht mir der Welt im Sonnenschein. Kriegt mir eines, geht mir wunderbar. Wenn es auch nicht war, da meine Sorgen haben Zeit bis morgen, Sorgen haben Zeit bis morgen. Heute bin ich gut aufgelegt, ach wie bin ich aufgelegt. Heute möchte ich einfach lustig sein. Valen. Oder zum Beispiel, wenn die Frauen verblühen, verduften die Männer. Das ist auch herrlich. Oder der Unterschied zwischen einem Hausfreund und einem Freund des Hauses, kennen Sie das? Ja, ein Hausfreund will, wenn er kommt, wenn ein Freund des Hauses kommt, wenn er will. Das ist auch herrlich. Ich bin das Nachtgespenst, ein süßes Nachtgespenst. Ich weck dich, wenn du penst. So oft bist du, mein Liebling Mensch. Seid ihr, du musst dich so erschreckt. Du wärst nur aufgedeckt. Und wenn du aufgedeckt, dann wirst du wieder zugedeckt. Blas Hotel Hamburg, guten Morgen, Sie sprechen mit dem Poitier. Mein Name ist Denlech Backenhausen. Zimmernummer, Zimmerschlüssel. Ihr Gepäck wird zu von Alkohol. Das kann allerdings noch 20 Minuten dauern. Das freut mich, Herr Kacken. Ach, Herr Backenhausen. Herr Backenhausen, ich habe noch keine Zimmernummer, geschweige denn Zimmerschlüssel. Ich möchte auch nicht auschecken, ich möchte einchecken. Das heißt, ich möchte einfach ein Einzelzimmer reservieren. Verstehen Sie, ich habe noch kein Zimmer. Ist ja ärgerlich. Wie ist Ihre Name? Mein Name ist Kreis. Können Sie mal wiederholen, ich verstehe Sie so schlecht. Kreis. Kreis. G-R-E-I-S. Nein, so weit ist es noch nicht. Kreis. Kreis. Will bitte, können Sie mal wiederholen. Kreis, ohne Sparkasse, wenn es Ihnen hilft. Nicht schlecht. Wirklich wahr. Sehr gut. Keine Angst haben. Lasst euch gehen. Das ist ganz wichtig. Zweite Übung ist auch herrlich. Im Hoffnung versunken vom Ahnung betrunken. Ja, und im Hoffnung versunken vom Ahnung betrunken. Herrlich. Wunderbar. Ich kaufte eins Papiere mir, ich sage es voller Trauer. Die Zeiten heute sind ja Stier und die Börse sind immer flauer. Darum dachte ich mir, zum guten Letzt, wenn alles geht, auch krachen, so mache ich aus den Aktien jetzt für meine Kinder Drachen. Ich ziehe ihn aus ins Freitag, wo Frühlingslüfte wehen, damit ich meine Aktien kann noch einmal steigen. Ich kann es nicht vergessen beim Schlafen, beim Essen. Ich schnitt es gern in jede Rinde ein. Meine eigene Gattin, sage ich es nicht. Die kratzt es mir unhöflich ins Gesicht. Bin verrückter Hilbe, die küsst ja Windernübe. Denn da ist das Bede Kolossal. Spazier ich mit der Hilde, am Sonntag ins Gefilde. Nur küssen wir uns hunderttausendmal. Oh, liebe, wie verzitter ich vor Glück dabei. Mir scheint, sie hat ja irgendeinen Trick dabei. Mir stört ganz an die Hilde, sie küsst ja wie ein Wilde. Doch wenn sie küsst, ist ihr ja eigentlich ein Ballett drin. Trudel, Trudel, denn was macht ein kleines Brudel? So ein süßes Vieh, die sagt ja noch nie, das so kleines Vieh, meine Trudel, ihre Brudel. Trudel, Brudelchen, was macht ein kleines Brudelchen? Komm ich heute Abend rüber auf einen kleinen Schritt, denn nehme ich für dein Brudel einen großen Knochenkettel. Applaus